Das Haus der Wollnys in Rathheim wird immer leerer. Zuletzt gab es bei Estefania Wollny eine Veränderung. Welche Kinder sind schon bei Silvia Wollny ausgezogen? Bei den Wollnys gibt es ständig etwas Neues, schließlich besteht die Familie aus so vielen Mitgliedern, dass immer etwas los ist. Zuletzt verkündete Lavinia Wollny, mit ihrem Verlobten Tim und den Kindern in ein neues Haus ziehen zu wollen. Doch auch bei Estefania Wollny hat sich etwas getan. Ausrufezeichen. Umzug. Estefania Wollny hat jetzt ihre eigene Wohnung. Wer genau hingeschaut hat, dem ist es längst aufgefallen, meldet sich Estefania per Instagram bei ihren Fans, sieht der Hintergrund plötzlich ganz anders aus. Ist sie von zu Hause ausgezogen? Hast du dein Zimmer getauscht? Ging ein aufmerksamer Fan der Sache kürzlich im Rahmen einer Fragerunde auf den Grund. Habe eine eigene Wohnung jetzt bei Mama im Haus, gab Estefania Wollny darauf hinzu, heimlich umgezogen zu sein. Wo wohnen die Wollnys? Welche Kinder sind bei Silvia ausgezogen? Alle unter einem Dach ist schon lange nicht mehr das Motto der RTL2-Familie Wollny, denn so wie in den meisten Familien wollen die erwachsenen Kinder ihr eigenes Reich haben. Die ältesten Kinder Jessica, Sascha und Patrick sind schon vor vielen, vielen Jahren bei Silvia Wollny ausgezogen, schon vor dem Start der Doku Sob die Wollnys, eine schrecklich große Familie im Jahr 2011. Punkt somit waren sie auch nie, wirklich, in der Sendung zu sehen, kamen höchstens mal zu Besuch. Mit Jessica Birkenheuer ist Silvia Wollny heute zu Tage tief zerstritten, die beiden haben schon lange keinen Kontakt mehr zueinander. Punkt über die ältesten Söhne der Familie ist nicht viel bekannt. Angeblich wohnen sowohl Sascha als auch Patrick mit ihren Lebensgefährtinnen und Kindern zusammen. Wo? Das bleibt ein Rätselausrufezeichen Punkt wo lebt Jeremy Pascal Wollny? Dieters und Silvias jüngster Sohne man Jeremy Pascal Wollny zog schon mehrfach bei Mama aus, und wieder ein, und wieder aus. Punkt so verschlug es ihn nach der Trennung seiner Eltern zwischenzeitlich zu seinem Vater. Mittlerweile hat sich Jeremy mit seiner Mutter versöhnt. Heutzutage lebt der 27-Jährige mit seiner Verlobten Celine in Nordrhein-Westfalen. Silvana Wollny hat ihr eigenes Haus. Auch bei Silvias Töchtern hat sich in den letzten Jahren viel getan. Silvana Wollny suchte sich ein eigenes Heim, als die Familie 2017 von Neuss nach Rath heimzog. Punkt wir sind die Ersten, die jetzt wegziehen. Wir haben viel erlebt, Gutes wie Schlechtes, und ich denke, jetzt wird es Zeit für einen Neustart. Punkt wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht, erklärte Silvias zweitälteste Tochter über die Entscheidung. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Florian Köster und Tochter Selina zog sie damals in ein eigenes Haus, das nur ein paar Straßen vom Wollny-Domizil in Rath heim entfernt liegt. Punkt dort lebt das Paar heute, mittlerweile allerdings mit zwei Kindern, denn 2019 kam mit Anastasia das zweite gemeinsame Kind auf die Welt. Wo sind Lavina Wollny und Kalanta Wollny jetzt? Auch Lavina Wollny wohnt nah bei ihrer Familie, hat gemeinsam mit Freund dem Katzenbauer und den Kindern Heli und Linus aber ebenfalls ein eigenes Apartment. Punkt Kalanta Wollny lebte bis vor ein paar Jahren noch zu Hause, flüchtete dann aber vor den neugierigen Blicken der RTL zwei Kameras und ihrer Familie. Punkt zwischenzeitlich lebte sie in Rostock bei Freund Mason, scheint jetzt wieder nach Nordrhein-Westfalen gezogen zu sein. Ihre Tochter Katalea alias Pöpi blieb bei Silvia und wurde mittlerweile von ihr adoptiert. Veränderung bei Loredana, Saracin und Estefania Wollny, lediglich Loredana Wollny, Saracin Wollny und Estefania Wollny wohnten noch zu Hause, ohne eine eigene Wohnung im Haus zu haben. Punkt Loredana ist mittlerweile Mutter geworden, hält sich mehr in Ileika in der Türkei auf, um gemeinsam mit Söhnchen Aurelio bei Servet sein zu können. Punkt im Feriendomizil der Wollnys hat die 20-Jährige ihr eigenes Reich. Saracin scheint den Hauptteil des Wollny-Hauses mit Silvia und Harald zu teilen. Punkt und Estefania hat nun, wie oben erklärt, auch ihre eigene Wohnung. Ob diese neu für sie gebaut wurde oder ob die 22-Jährige in ein freigewordenes Apartment im Haus gezogen ist, behielt sie für sich.